Ich bin Alex Mahlzeit, ich bin Gon Ich bin Alex Hey Gon Wir wissen ja alle, dass es in China über 1000 Gericht gibt. Wenn du jetzt so einen Top 5 Ries nennen musst, was kommt sofort in deinen Kopf? Das ist für mich keine schwierige Frage. Dieser Gericht ist sowohl das populärste Gericht in China, als auch eines meiner Lieblingsgerichte. Und zwar Homushawro, auf deutsch geschmortes Schweinfleisch. Achso, das esse ich auch sehr gerne. Dann kurz schnell, zeig mal wie man das macht. Okay, dann los geht's. So, wir fangen gleich mit dem Lauchzwiebel an. Erstmal den weißen Teil als Stücke schneiden und den grünen Teil ganz klein hacken. Und dann 3 Scheiben Ingwer brauchen wir noch. Dann tun wir den Schweinebauch in die Pfanne hinein und kaltes Wasser reingießen. Dazu noch die Lauchstücke und Ingwerscheibe. Wir kochen sie circa 5 Minuten mit maximaler Hitze. Danach tun wir sie sofort in kaltes Wasser hinein, damit die Form vom Fleisch bleibt nachher immer schön. Nach circa 30 Sekunden nehmen wir sie aus dem Wasser, abtrocknen und als Würfel schneiden. Jetzt machen wir die Pfanne ganz schön heiß und wir braten die Schweinebauchwürfel zusammen mit dem Ingwer und dem Lauch an. Achtung, hier brauchen wir kein extra Öl. Der Schweinebauch gibt selber schon genügend Öl. Wir wollen ja dieses Fett klug benutzen. Genau. Wir braten sie bis zum Goldbraun. Dann füllen wir 5 Löffel Soasauce. 3 Löffel chinesischer Kochwein, also Shaoxing. Und eine Flasche Bier hinein. Aha! Mit Bier statt Wasser macht der Geruch das Gericht ganz besonders. Ist eine gute Idee. Nach der langen Kochzeit wird der Alkohol sich zerstreuert und verschwindet. Also, Kinder können sehr gerne zusammen essen. Kein Problem. Richtig! Dazu füllen wir noch ein Lorbeerblatt. Eine Zimtstange. Eine Sternanis. Wir haben leider nur halbe zuhause. Und einige Kandys Zucker hinein. Danach drehen wir die Hitze zu minimaler Stärke. Und wir kochen das Ding für mindestens eine Stunde. Nach halber Stunde habe ich ein paar Wachteleier reingetan. Das ist aber keine Pflicht. Wollte nur probieren, ob sie damit gut passt. Als Alternativ gekochte Eier, getrockene Tofu oder Tintenfisch sind auch ganz gute Optionen. Eine Stunde später heben wir den Deckel ab und wir drehen die Hitze wieder zum maximal. Wir gehen jetzt zu dem letzten, auch den wichtigsten Schritt. Während dem Kochen, wir schöpfen den Schaum und das extra Fett ab. Damit die Soße später das Fleisch schön einhüllen kann. Dann fügen wir drei Teelöffel Zucker und einen Löffel Dunkelsoße hinein. Danach können wir die Gewürze rausnehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir kochen dann die Soße weiter, bis sie klebrig ist. Och, ich liebe diesen Gluck-Gluck-Klang während dem Kochen. Ja, ne? So schön wie ein Musikinstrument. Deshalb sage ich auch immer, das Kochen ist auf jeden Fall eine Art von Kunst. Okay, wenn die Soße so klebrig ist und sich blubbern, können wir versuchen, das Fleisch mit der Soße besser umklammern. Dann können wir das Fleisch auf dem Täler schön stehlen. Und natürlich noch die Soße schön auf dem Fleisch gießen. Mh, wunderbar. Zum Schluss noch bisschen Lauch drauf als Deko. Mensch, es sieht echt toll aus. Spitze. Finde ich auch. Dann guten Appetit! Wenn unser Video dir gut gefällt, interessant findest oder sogar schon gut geschmeckt, dann bitte auf Like klicken. Wenn du Bock hast, uns ein bisschen Feedback geben. Ab Hauptsache, subscriben. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Video bei Lauchsküche.